hallo und herzlich willkommen hier in der zweiten folge hier bei cattle and cops ja ich sehe gerade ich stehe gerade im traktor drinnen, ich sitze im traktor drinnen für meinen helfer der wird die arbeit jetzt wahrscheinlich abbrechen deswegen immer ganz kurz genau er macht weiter gut denn ich hatte gedacht auf ich habe mich kurz spiel geladen und gespeichert also also kurz gespeichert und dann geladen und die pause gemacht und ich mache jetzt auch weiter und hier auf meinen acker und wir sehen die aussaat vor ort mit weißen mal ganz kurz wieder anschalten dann sehen wir dafür ausdüngen an dünger rausschmeißen ja hoffe alles passt so mäßig und so bei icarus war anfangs in der zeit da stand alles und mein bild her keine ahnung weiß ich nicht hier wollen wir sehen dass ich da irgendwie von zweitem rechner klar krieg das da aufnehmen kann so wir waren ja bei kalium stehen gelieb das wollte ich ja sehen so wir sehen mal so wir können noch ein stückchen weiter fahren das gerät ist noch unten so weit wollte ich fahren so oft ist er steuer ein bisschen träge ich würde nach rechts fahren da ist er noch nicht fertig ja 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 der helfer ist dann gleich fertig fällt eins dann mehr noch fällt nummer 6 da muss ich ja gucken was ich den richtigen traktor nehme und zwar den neueren als traktor 2 ich behalte den alten aber jedenfalls geklappt jetzt bin ich wieder von kamera wieder auf die rechte hat gerutscht komischerweise wo ich es eingerichtet habe ist jetzt blicke wie andersrum die aufstellung meiner hardware ist so geblieben ist bisher keine ahnung warum auf sich die aufnahme recht klein so mini haft mal schauen das mal gut geht bisher habe ich keine meldung gesehen wegen unterlaster frames oder sowas aber das überraschen aber das wird so nix nach vorne gucken wo wir hinfahren ja ich bin auch nicht allwissend mit der ganzen einstellung her ist oft nicht einfach ja wenn ich da jemanden kennen würde der direkt mal sagen könnte oder vor ort mir das einstellen könnte dann wäre es gut ne oder das eine oder andere zeigen aber ist ja halt mal so ne selbst ist der mann irgendwann naja so geht es ja auch wenn es klappt wie gesagt wenn Fehler auftreten ist ungünstlich zum beispiel wenn jetzt tonmäßig ist es ja ziemlich einfach da muss man regler schieben hin und her und passt schon ne man kann ja im spiel müssen wir einstellen von laufstärke her aber ich muss auch sehen dass ich im auto programm das entsprechend hinbekomme also düngermäßig sieht gut aus die menge jedenfalls aber ich hätte was nachkaufen müssen also düngermäßig sieht gut aus die menge jedenfalls aber ich hätte was nachkaufen müssen das ist halt nicht so einfach ne also die berechnung ist echt für mich kompliziert aus Anführungszeichen aber das blöde ist die Felder stellen sie nicht zurück ich kann jetzt aufhören mehrere jahre prinzip die Düngerstattung bleibt also Grunde muss sie überdüngen also komplett überdüngen und dann ja irgendwann mal hoffen dass durch die verbrauch immer wieder auf normal zurück geht aber mit absicher zu überdüngen ist ja auch ja macht man ja die dinge man sieht wie fällt sieben ist ja an sich perfekt gedüngt von allen sehr viel aber naja wenn man schauen will ich ja die erträger sind ja mal sehen wenn KI fertig ist kann sein ne jo ist fertig dann mal ganz kurz die Bahn noch fertig machen und dann gleich bevor wir weitermachen einstellen für Feldmuro 6 da können wir die Felder 1, 6 und 49 im Frühjahr die Aufsatz machen theoretisch theoretisch im Grunde wäre es ja Blödsinn jetzt gleich hinterher gehen wir mit Kruppern aber mal schauen mal schauen Bremse V so das brauchen wir nicht machen also V und C sind sich zusammen die Spur nicht die nächste jetzt gehen wir gleich mal rein und stellen mal den nächsten ein ja ja Aufgaben neue Aufgabetyp äh Feldbearbeitung Fahrer haben wir unseren Kollegen hier äh gespannt ja oder da bin ich nehm 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 und vorne beginnt ganz wichtig und es kann sein dass er anfängt und sein schon fertig dann behalten speichern jetzt müsste also der zweier traktor ist ja der verkehrte gewicht und gewicht ist dann egal gewicht ist auch weg muss hin und das ist auch hier also die kleinen zahlen ist natürlich naja das ging wieder mal schief wo die waren auch so erst mal lenker ausmachen nee und der steht wieder auf dem kopf oder auf der seite wieder üben was soll es ja nächstes mal werde ich auch entsprechend anderen taktor nehmen da noch andere möglichkeiten ja mietze hätte er es noch das gewicht auch nehmen also wenn wir es nicht klarkommen müssen wir halt kurz eine runde fahren hier wird noch ein rest außerhalb machen und der rest geht nachher denn jetzt hat er sowieso weg die lüste der sprit noch reicht normalerweise aber wir tanken dann ein bisschen was nach wenn jetzt hier richtig ist weil wir haben ja doch ein bisschen wenig drin aber voll tanken tun wir nicht nicht dass wir wegen ein bisschen der düngereich sowieso nicht wenn wir gleich mal durchbrettern und dann dann fahren waren wir nicht daran gehült wo der hund und katze ist auch noch einmal hinten hinten da kommen wir gleich mal sagt gut ein guck ab in der zeit das kriegt nicht größer zur zeit warum weiß ich auch nicht mal schauen ob so die aufnahme passt alles andere ist dann halb so wild dann kommen wir rüber das risiko vollgas und dann kommen wir auch hoch mit schwung ja wir haben ja erstmal nur die hälfte fertig würde ich mal sagen die karte kann man so nicht sehen wir kaufen mal 500 Kilogramm nach prozent ist ja ein liter hier so 500 Liter anscheinend hat er doch das feld fertig gemacht auf feld nummer 1 nach dem laden also ist wahrscheinlich nicht immer so ne aber ich hab mal gemerkt das ist halt zweimal so gewesen aber jetzt die toneinstellung passt für unseren Hintergrund Sound muss ich sehen das ist schwierig ich höre den tone jetzt nicht also von daher ganz schwierig ich mache ja beim Diablo und bei Icarus die original Musik das ist ja original und hier ist ja keine Musik im Hintergrund und da versuche ich irgendwelche Musik zu nehmen die halbwegs passt ne ist nicht ganz so einfach Geschmackssache das soll aber im Prinzip Ruhe aus äh strahlen ne wer ist denn Musik würde ich mal sagen nö das ist mir doch zu eigen also trifft hier nicht zu ja YouTube hat ja eine beschränkte Auswahl ne geht ja um die Gamer freie Musik und andere Musik äh 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 wäre vielleicht zu extrem im Weingeschmack ich hab's noch ein bisschen leiser gemacht vielleicht ist es jetzt gleich zu hören nun vielleicht dann wenn ich äh überhaupt nichts sage und der Traktor aus ist ne kann ich mal ganz kurz machen beim äh äh beim Händler da kann man Traktor aus machen mal schauen wie es dann entsprechend sich anhört ob das hören kann gegen Ende des Videos oh und zum Anfang des neuen Videos tja ist der Feiertag vorbei ne also ist nichts dran ne so ein Feiertag weil gut ich muss dazu sagen ich hab gestern Abend noch sehr gut geschafft äh Ikeros mäßig leider nicht äh äh so viel wie ich wollte weil dann war ich am Punkt angekommen gewesen hier äh äh das packst du heute nicht mehr mein Ziel war ja gewesen dass ich in der Hüste äh zumindestens die die Aufgaben erledige und dann nachher äh äh hab's nicht geschafft war nicht möglich aufgrund der Tatsache dass ich von der von der Levelhöhe noch nicht dazu in der Lage war aus jetzt ist Ruhe im geschäft das aus auch schon freunde gewesen sein muss ja morgen geht es hier weiter und dann haben wir erstmal kalium auf das sagt müsste ausreichen dann noch schießt und im frühling sehen wir rockenhaus sollen jetzt einen groben plan oder macht drei felder meist mal sehen trotzdem bis zum nächsten mal